Na gut, das ist mir jetzt auch nicht so wichtig, ich wollte nur gucken. Ähm, da warst du im Stadion, aber nicht mit der Karre, Jungen. Das mache ich mit einer anderen. Das mache ich schon mit einer anderen. Hab keine Energie mehr, brauch was Süßes. Nein, bekommst du nicht. Was ist denn? Yeah. Äh, Kisten treten. Dass die Wünsten im Haus verschwinden, das ist so genial einfach. Ja. Eigentlich will ich hier noch zu Fuß ein bisschen rum gucken. Weil das ja doch ein bisschen, weil das ja doch auch interessant ist. Man kann ja noch was hin, weißt du. Ich bin so müde. Nö, ich, ja ich jetzt nicht mehr so ganz. Ich bin so gut wie wach. Weil die Gags weiß ich nicht. Wenn ich so viele Videospiele spielen würde, wäre ich fetter. Fetter, 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 fetter. Ja, dann hole ich mir mal ein Auto. Ich acker mir hier den Arsch ab. Wenn du dir den Arsch anackern würdest, wärst du fett. Und das willst du ja nicht. Fangen wir kurz an. Die Feuerpfiff wäre, finde ich, extrem geil. Hat ein scheiß Handling. Hat die es ja eigentlich auch. Ich mach mal die Limousine fahren. Oder? Ich fahr mal die Limo. Hat auch ein ganz gutes Handling haben. Wenn es nicht zu viel ausmacht, hätte ich auch gern ein neues Auto. Hast du doch, Junge. Wenn du auf Hans Stand zu machen, da fließt jetzt Blut in den Kopf. So. Nee. Ich werd mal ne fette Limousine fahren. Ne fette Limousine. So. Das meiste dort haben wir ja alles schon gemacht. Ups. Das springt jetzt mal weg. Die Professor Fulgen. So. Zack. Du erwartest von mir einen Mark-Tent-Trachosaurus ohne Mixer fertig zu stellen. Da kann ich ja gleich ne Plasma-Übertragung ohne Tennispfleger machen. Jetzt besorgt mir einen Mixer mit Püree und Frappé und nem Flüssigmacher. Wo krieg ich jetzt einen Mixer her? Doktor Nick. Der trinkt doch immer Cocktails während er operiert. Äh. Alter. Versuch zum Versuchslabor. Affenschrei. Ach du Scheiße. Jetzt soll ich noch. Gott. Ja ich weiß was ich jetzt machen muss. Das äh. Kann gelitten werden. Naja. Hat so was. Dann haben wir das schon mal abgeschlossen. Kindersache. Junge ich fahr mit ner Limo ran alter. Moment. Da muss es einen. Ach so den muss ich auch noch holen ne. Wo sind die Münze da? Moin. Alter wieso hat er ein pinkes Hemd an? Das ist ja ekelhaft. Hi Doktor Nick. Hallo miteinander. Du siehst wie ein schwerer Alkoholiker aus. Hast du zufällig nen Mixer? Jetzt nicht. Meine Affen sind ausgebrochen. Was hat er für ein pinkes Hemd, Junge? Wieso kommen die nicht mehr zu dir zurück? Nein, weil ich sie furchtbar gequält und gefoltert hab. Diese Affenbande passt nie und nimmer in meinen Wagen. Da werde ich wohl... Da ist ein Limo, Junge. ...etwas ähnliches brauchen. Das ist ne Limo Junge. Das ist ne Limo Junge. Mr. Schneeflug um diese Mission von Kaufflugern. Das habe ich schon gemacht Junge. Der pa... Alter, da passen bestimmt 10, 20 Affen in die Limo. Im Kofferraum kann man auch welche reinstopfen. Also was geht. Ist ja unfassbar. Also manchmal ne. Mr. Schneeflug, wo ist denn hier? Da. Da. Ja. Mitnehme mich, bitte. Affentheater. Sammle die Affen ein, ehe die Zeit gelaufen ist. Hol dir anschließend den Mixer von Dr. Nick. Du hast's raus. Was? Der Doktor hat bestimmt nen Nick. Hahaha. Nickname. Hahaha. Gott. Oder er nickt. Weißt du. Was? Guck mal da hoch. Nein. Guck mal nicht. Ja, dann such sie Junge. Aua. Oh, da ist noch Geld. Geld. Und ne Biene. Ups. Er zeigt, dass ich richtig Gas gebe, aber Bart sind's nicht. Ja, die kann man auch nicht überfahren, ne? Natürlich nicht. Äh. Autsch. Ja, wie komm ich denn da ran? Wie komm ich denn auf den Parkplatz, Junge? Da muss man doch raufkommen irgendwie. Also, oh. Ja, ich sag jetzt schon nichts mehr. So. Halt. Alter. So viele Affen, Alter. Bestimmt ein Affentheater. Hahaha. Hahaha. Gott. Gott. Kannst du... Nimm den verkackten Affen mit. Der Affe sieht aus wie von Minecraft. Total viereckig. Ja. Junge, wie fahr ich denn? Das fahr ich doch nie, ey. Fahr vorwärts. Ich fahr hier wie die... wie die... wie der letzte... wie der... wie der letzte... wie der letzte bescheuerte. ist jetzt ein Affe könnte besser fahren. Haha. Vorsicht! Oh, Mann, ey. Okay. Oh, da ist so ne Biene, Alter. Wieso sind noch so viele Bienen in der Stadt? Das ist Asphalt, ihr Asphaltfresser. Da kümmere ich mich nachher mal beruhigen. Im Pavillon? Ernsthaft? Durch den so? Ja. Oh, Mann. Fresst Asphalt, ihr Asphaltfresser. Ui. Nein! Ist das dein Ernst? Alter, das kann doch nicht. Na gut, der fahr nochmal zurück. Kann ich hier auch einsammeln. Ist gar nicht schlecht. Ich hasse Automatik. Wieso Automatik? Das... Das haste gegen Automatik, Junge. Automatik so super. Auto mit Automatik schreiten. Ich mein, ich hab zwar kein Auto, aber... Wär für mich besser. Mit Automatik. Das hab ich doch nie gelebt. Hui. Flieg da nicht rüber. Oh, Mann. Das kann doch lustig werden. 20 von... Oh, Mann. Das kann doch lustig werden. 20 von... Ja, dann verlasse sie doch die Stadt. Meine Fresse. Auf den... Auf den Einwohner kommt das auch nicht mehr an. Ja, die meisten sind ja hier noch, ne? Aber kannst du auch mal... Das dauert mir viel zu lange. Ist ja nicht so, dass das Druck aufbauen würde, aber... Was zur Hölle. Klar, natürlich. Natürlich. Ich hab nur noch eine Minute und fünf Affenräume. Ich hab nur noch nie loswerden. Kamerad, danke. Ja, Fahrer, geh rein, da rein, da rein, da rein, da rein, da los. Was, 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 was los. Nein, ich bin nicht in Stress oder so. Nein. Ich bin ganz... In Ruhe. In die Ruhe selber einfach. Ich hab schon... Ich hab schon was zu Fuß hier. Kinder sollten sich nicht so viel bewegen müssen. Ja, komm schon, ich baue das Auto wieder. Zwei Stück noch, Junge. Auch wenn ich danach noch hin muss, ne? Dann... Wenn ich dann noch zu dem muss, dann dreh ich durch. Wenn ich das nicht schaffe. Komm schon. Schaffst du. Du schaffst das. Ich glaub an dich. Ich seh ihn schon. 28 Sekunden. Komm schon. Schaffst du. Yeah. Was du versuchst aber so. Das mach ich doch mit Licks. Aber bevor ich das machen kann, werde ich hier nochmal gucken, weil hier gab es noch etliche Sachen, etliche Bienen. Irgendwo auf dem Rasen gab es doch noch Bienen, oder nicht? Irgendwo auf dem Rasen. Doch da hinten, ne? War das im Park? Ich weiß das gar nicht. Du hast mich nicht erwischt. Das wollte ich auch gar nicht. Jetzt würde ich mir wünschen, dass ich das wollen würde. Ich weiß nicht. Ich lass mich ungern beleidigen. Du Kackbiene. Kannst auch mal vom Auto weg gehen. Mann. Es bleibt in der Luft stecken, die Münze. Ich kann da jetzt nicht gucken, weil ich bin in der Mission. Aber ich werde schon einiges haben. Also auf jeden Fall. Ich werde schon mehr Prozente haben als beim ersten Level. 90% ist ja maximal mein Ziel immer. Also 100% werde ich glaube ich nicht schaffen. Aber na gut, ich weiß es nicht. Aber ich denke mal weniger. Sprech mit Dr. Nick. Pass auf, wo du fährst, dummer Kerl. Du nennst mich dumm? Hier kriegst du drin in die Fresse, Junge. Auf mich dauernd zu beleidigen, Mann. Kannst du mir, wenn du ne Geschlechtsunwandlung brauchst. Kannst du mal aufhörst zu strampeln? Wäre nett. Hallo. Kann ich auch mal mit dir reden? Willkommen daheim, Daddys kleine Engel. Dann setzen wir mal gleich Elektroden in eure Gehirne. Ehhhhh. Junge, du bist ekelhaft. Ehh cool, habe ich ein Pick-up drin. Yeahhh. So, kann ich jetzt gucken? Übrigens. Level-Vorschrift. Äh, Fortschritt. Yeahhh. Fünftens von 20. 92%. Das sieht doch super aus. Kann sich sehen lassen auf jeden Fall. 9 von 11 Gags. Besser. Es geht zwar besser, aber ich meine, im Rahmen des Displays kann man machen. Ne 92% habe ich ja schon erreicht. Also über 90 quasi. Mehr brauche ich nicht. Auf 100% Basis ist das ja eh nicht. Könnte ich jetzt eh nicht mehr machen. Klasse Mann, das war die beste Fahrt aller Zeiten. Yep. So, hier hast du dein Spielzeug. Kann ich jetzt den Trachosaurus sehen? Ja, dieses Wort würde ich zu gern sagen. Unglücklicherweise gibt es zu viele Leute, die ein Handy haben. Und die Interferenzen könnten bei meinem Monster zu Fehlfunktionen führen. Was? So dass es viele Leute umbringt. Und meine Versicherungsprämie ist jetzt schon viel zu hoch. Zerstör alle Autos, der Handy benutzt, da eh die Zeit abgelaufen ist. Was? Steig in dein Fahrzeug. Bis der Schneeflug reicht ja. Zeit mal ein bisschen Gummi zu geben. Komm her, Junge. Mal Flatout rauslassen hier. Bam! Am besten wär ja auch die Feuerwehr. Aber... Ich hab's im Urin, dass ich wieder der Schuldige sein werde. Oh Mann, das nervt. Eigentlich hat ja jeder ein Handy. Wollte irgendwie wieder kontrollieren, wer ein Handy hatten wir ja nicht. Oh Mann, das nervt. Boah, ist das krass. Komm schon. Komm schon, Junge. Komm schon. Komm, 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 komm. Die krieg ich, Junge. Ach. Ach. Wegen einen Pixel, Junge. Wegen so einem Pixel im Balken. Ist das dein Ernst? Ey, das ist doch krass. Dreh doch nicht immer so in die anderen Richtungen, wo ich überhaupt nichts ausrichten kann. Zwei Minuten. Wo ist denn der? Ich brauche mich zu. Cool. Das ist so cool wie ein Swimmingpool. Komm her, Junge. Fresst mein Staub, ihr Staubfresser. Diese Rohre, ne? Ist ja unfassbar. Komm her. Ach, Mann. Junge. Nichts Bestimmtes. War cool, Mann. Komm schon. Wird Zeit, dass ich richtig Gas gebe, aber warte, sind sie zu sein. Ich habe Flat-Out-Gene, Junge. Man muss das in ein paar Minuten gehen. Kannst du auch mal richtig fahren, hier? Oh, mein Auto ist der Schrott. Kannst du die mal verziehen, du blöder Kack-Ampel? Ich brauche Schraubenschlüssel. Ich hoffe, dass das der Einzige jetzt noch ist. Ne. Ernsthaft? Oh, warte mal, warte mal, halt. Halt, stopp. Das ist so cool wie ein Zwölfchen. Kann ich auch mal. Komm schon. Ab nach vorne, Junge. Boah, ist das krank hier. Ah, die fahren immer die gleiche Route, ne? Glaube ich, ihr Kreuz. Weg da. Ich weiß nicht, ob ich die mal gleiche Route fahren, ich weiß das nicht. Das ist noch eine Biene. Warte mal, die Biene kann ich... Nein, 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 die Zeit habe ich jetzt nicht. Jetzt hätte die Biene noch geholt, aber... Oh, dann such sie. Geh mich nicht auf den Brenner. Komm schon her, Mann. Ich hoffe, der sei teuer. Lente mich doch, Lente. Ja, Mann. Ich sollte das öfter machen. Noch eins. Alter, ist das krank. Wie lieber soll ich denn noch zerschrotten, Junge? Es hat doch eigentlich normalerweise jeder ein Handy. Wie soll ich das rausfinden? Wie will man das rausnehmen? Ich frage gar nicht. Weil jeder hat ein Handy. Da müsste ich ja jedes Auto schrotten, was hier rumfährt. Normalerweise. Komm schon. Die kaputt. Ich glaube nicht, dass du eine Playstation 2 im Auto hast. Oder generell eine Playstation. Dann fahre ich ihn überhaupt hin. Ich wollte ihn abkürzen. Ich wollte ihn abkürzen. Ich habe dich lieber im Kopf, Junge. Also chill. Komm schon. Komm schon, komm, 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 komm. BUM! Der will da umdrehen. Guck mal. Alter, der muss doch schon schrott sein, Junge. Der kann doch nur schrott sein, einfach. Komm her. BUM! Ups. Das war total daneben. Das war nicht daneben, das war ein Volltreffer, Junge. Der steht jetzt hinüber. Noch eins? Nee. Oder soll ich jetzt da hinfahren wieder? Ich weiß es nicht. Ich soll da hin? Was? Ja, weil ich ihn versohlt habe. Sack. Gut gemacht, mein kleiner Soziopath. Ich liebe es, Sachen zu zerstören. Ja. Jetzt habt ihr keine Chance. Skandalen. Mein Trachosaurus wird einen mörderischen Armorknauf hinlegen. Mit dem Schreien unter Trauer seiner Roboter. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind durch. Wow, Trachosaurus ist eine Mischung aus Truck und Dinosaurier. Da wäre ich ja niemals drauf gekommen. Nö, ich auch nicht. Was, ne Biene? Oh, oh. Treti Biene! Treti Biene! Treti Biene! Er macht alle den Bartman! Oh. Ähm. Was? Bitte was? Ähm. Was? 94,6%. Oh, das sieht doch super aus. Mensch. Cool. Soll das Spiel gespeichert werden? Jopp. Wie will ich wieder schreiben? Ja. Muss. Werde ich. Speicherdaten. Memory Card. Vers 2. Und kannst du gut endlich abschalten. Speichern erfolgreich. Es wird geladen. Familie flieht Licht an. Gib uns unseren Jungen zurück. Was? Gehen das Verlies der... Naja. Gehen das Verlies der Androiden und sprich mit dem Comic Book Verkäufer. Das machen wir gleich nach einer kleinen Pause und ja, bis gleich.